Ja, das Haus steht leer, das wird auch bald abgerissen. Hm, dass hier ein Kadaver umliegt, das ist ein bisschen blöd, aber naja. So, Schäferhütte haben wir, Schafe gibt's. Drei, vier Stück sehe ich gerade. Da ist nochmal fünf, okay, sechs, ja. Der Pfarrei steht schon eine längere Zeit leer, wir haben nur noch sechs Geschirr, aber das ist ja auch kein Problem. So, mach hier um den Wegweiser mal die Bäume weg. So, du bist Schuster, gut. Das heißt, jetzt werden ordentlich Schuhe hergestellt. Was wird eigentlich gerade noch gebaut? Nur das Lager, wenn ich richtig sehe. Ah, ne Goldmine hier hin. Und ne Eisenmine daneben. So, dann macht er noch hier ein bisschen Holz weg. So, ihr beide seid erwachsen. Das heißt, wir fangen jetzt mit unserer Brauerei an. Das sollte perfekter Abstand sein. Und ein Zweifamilienhaus dahinter. Da haben wir zwar jetzt viel zu tun. So, hier können wir jederzeit die Alarmglocke läuten und unsere Leute reinbringen. So, du bist erwachsen, das ist gut. Und du wirst Bierbrauer. Und du heiratest auch gleich. Und du kannst da noch nicht arbeiten. Und du kannst da noch nicht arbeiten. Und dann warten wir erst mal, bis die Eisenmine und das andere Ding fertig sind. Ach, der holt jetzt Weizen. Aber ja, wir können das Jäger-Set abreißen. Da setze ich mal seinen Radius nach da oben. An das oberste Ende. Mal sehen, da sind die beiden Sachen nicht mehr in seiner... Reichweite. Mal sehen, ob er dann das Zeug, was rumliegt, einsammelt. Das wäre nämlich sehr nett, wenn er diese restlichen Sachen hier einsammeln würde. Und du kannst ja so lange auch mal mithelfen im Einsammeln. Jetzt holt er ein Stein. Okay, rumliegende Steine sind schon mal gut. Jetzt holt er da oben, den Stein. Man könnte was meinen, die sehen das Holz als verboten an. Mal abwarten, was sie machen. Okay, Eisen- und Goldmine werden langsam. Ist ja jetzt nicht so, als ob die Möbel saumäßig dringend wären. Vielleicht haben wir Glück und das mit dem Holz relativiert sich, wenn die Bauarbeiter dann da drüben arbeiten. Ich traue mich halt gerade nichts beim Töpfer in Auftrag zu geben. Oh ja, der Steinmetz bringt Stein hierher. Das ist auch gut. Also ja, hier der Bereich hier. Also wenn ich eine Linie ziehe. Hier oben kann ich noch die Goldschmelze hinpacken. Hier kommen dann die Eisenbetriebe hin. Also die Eisenschmelze und hier unten dann die verarbeitenden Betriebe. Aber ansonsten muss ich gucken, dass ich eben hier diese Linie... Also so die Linie frei halte. Wow, du hast Schuhe gemacht. Da bin ich stolz auf dich. Dann mach jetzt bitte... Wolle. So, Goldmin ist auch fertig. Ja, die beiden schmelzen hier daneben das Zweifamilienhaus. Wobei eigentlich fast schon ein Dreifamilienhaus, weil ich brauche wirklich einen der... Also zwei, die mir Eisen machen. Oh, und ich brauche auch noch einen Holzfäller. Hm. Hier oben gibt es eigentlich genug Holz, dass ich hier den Holzfäller hinstellen kann. Da bin ich nämlich immer noch weit genug von dem Indianern weg. Ja. Das heißt, zwei Zweifamilienhäuser und so weiter. Ich könnte mir aber schon mal einen Pilzsammler besorgen. Und du bist auch beschäftigt. Du suchst wieder Nahrung. Und du Stein. Du kannst trainiert werden. Du kannst trainiert werden. Und ja, sie nehmen zum Glück das Holz von hier. Und du kannst mit dem Brauen anfangen. Das heißt, dich können wir auch gleich in die Brauerei verlegen. Und da du lieber die Nahrung sammelst, gehst du auch in die Bäckerei. Das heißt, der Möbelmacher kommt jetzt einfach hier hin. Genauso wie ich den Speermacher erstmal hier hinsetze. So, Wolle kommt. Müller kann trainiert werden. So, du hast mir hier eigentlich jetzt genug weggerodet. Das sollte ich an Bäumen behalten für den Holzfäller. Wir haben ja hier genug freie Fläche. Habe ich jetzt die perfekte Idee. Du kriegst noch ein Kind. Und du wirst mein Pilzsammler. Äh, nein. Nicht verheiraten. Du. Zivilist. Schule. Oh, du bist hungrig. Dann geh erst mal was essen. So, du hast Schäfer erfunden. Das ist gut. Das heißt, der Webstuhl kann gebaut werden. So, dann haben wir hier vielleicht noch Platz für einen Tempel. Farmer. Du. Machst jetzt den Speermacher. Du stellst aber erstmal nur drei her. Also, weil ich weiß, waren es sogar nur drei Speere, die er braucht, um aufzusteigen. So. Pilzsammler. So, ein Schaf kannst du noch scheren. Dann hast du zehn Wolle. Das ist doch schon geschoren gewesen. So. Dann machst du erstmal zehn Waffenröcke. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020